Jede Person hat eine Maske auf seinem Gesicht. Immer. Und man kann das studieren und ein bisschen verstärken und dann kriegt man schon ein Gesicht auf eine Maske. Ich denke an diese Person sehr viel, wenn ich stundenlang auf dieses Gesicht arbeite. Das ist auch ganz intim. Ich mag schnitzen und mit dem Holz arbeiten. Mein Großvater hat das auch gemacht und ich war sehr beeindruckt. Das dauert mit dem Holz. Und dann, wenn es fertig ist, dann kann man mit dem Leder auf dem Holz arbeiten. Beide sind interessant. Sehr, sehr anders. Aber die passen sehr gut zusammen auch. Und am Ende hat man trotzdem Finger weh. Eine Maske zu bauen, das ist... Ich mache jemanden lebendig, oder? Man macht eine neue Figur. Einen neuen Charakter. Wir waren Freunde und wir wollten ein Comedia dell'arte Stück zusammen entwickeln. Das Stück heißt Pantalones Wundersame Heilung. Wie der Titel schon sagt, geht es darum, dass Pantalone krank ist. Das heißt, er muss irgendwie geheilt werden. Sobald man hat eine Maske auf dem Gesicht hat, man macht ganz wahnsinnige Sachen. Grotesk und so. Und man fühlt sich, also für mich, frei. Ich kann alles machen. Ich kann alles sagen. Das ist auch eine sehr spezielle Art zu bewegen. Man muss alles größer machen. Es ist ziemlich Technik, mit einer Maske zu spielen. Comedia ist Straßentheater. Das ist sehr lebendig, die Straße. Und das passt auch sehr gut mit Comedia dell'arte. Mit dieser Gruppe zu spielen, das macht mir Spaß. Ich freue mich auch auf Tournee, unsere Pachabon zu tragen, unsere Stuhle, die Gitarre, die Masken und so und so und so. Ja, eigentlich, was mich am meisten inspiriert, ist, mit Menschen zu arbeiten. Also das ist, was mir am meisten Spaß macht. Und natürlich dieser wunderschöne Rock. Aber ja, die Menschen. Rekord Umstechnik Wir sind hier am ganzen zwei Gemeintari betebinatischer Untertitelung des ZDF, 2020